Nach mir wird auch der Parteigründer Frank Stronach das Wort ergreifen und er ist ja hier in einem Boot mit den Freiheitlichen, wenn es darum geht, was das große europäische Projekt betrifft, den Euro, der direkte Auswirkungen hat, auch auf die Arbeitsplatzsituation bei uns. Ich möchte kurz eine Klarstellung haben, der Lobatka hat gesagt, ich bin im Boot, in einem fremden Boot. Ich bin in keinem fremden Boot, ich habe mein eigenes Boot. Danke. In meinen Wahlreden habe ich sehr oft gesagt, dass ich suche kein Amt, keinen Titel und werde nur kurze Zeit im Parlament sein.